hallo und herzlich willkommen zu unserer kampagne genannt operation devastator gehostet bei den freelancern kreiert bei viper und mir und hier seht ihr jetzt unsere dokumentation dazu damit ihr auch ein bisschen versteht was da abgehen wird die allgemeine lage im jahr 2017 haben sich der iran irak und syrien zusammengeschlossen und eine neue koalition gegründet die sogenannte united islamic state us mit einer eigenen hübschen fahne um sich nach eigenen aussagen gegen die die taktorische herrschaft des westens wehren zu können haben die us truppen den persischen golf abgeriegelt und somit den globalen ölhandel lahmgelegt also ein klassiker neuesten geheimdienstberichten zufolge ziehen die uis außerdem truppen an den landesgrenzen zu jordanien libanon israel und dem nato bündnispartner türkei zusammen wie wir hier sehen können vermutet wird außerdem dass das ziel dieser truppenbewegung dem zweck dient besagte staaten zu besetzen um mehr kontrolle im mittleren osten ausüben zu können sehen wir hier schön markiert die bündnispartner in blau mit zypern rot haben wir südien und der irak hier libanon hier noch weiß quasi und unten die besagten staaten mit israel jordanien und wie so nach monatelangen verhandlungen scheint die lage festgefahren und die welt steckt eine niedergewesen ölkrise das barrel rohöl liegt am markt erstmals über 200 us dollar weshalb ein neuer krieg auszubrechen droht die nato staaten haben sich darauf geeinigt einzugreifen und bereiten sich darauf vor die türkei israel libanon sowie jordanien gegen die uis truppen zu verteidigen verschiedene nato staaten haben damit begonnen truppen an der grenze der türkei und auf den luftwaffenbasen akrotiri auf zypern und in chilek in der türkei zu stationieren also in chilek türkei akrotiri und auf zypern zum libanon hier in grün die libanesische regierung hat das angebot der nato truppen an der grenze zu syrien zu stationieren abgelehnt und zieht es vor vorerst keine provokativen maßnahmen zu treffen außerdem ganz wichtig hat die libanesische regierung der nato verbänden untersagt die landesgrenze zu überschreiten also flugverbots zone für uns jedoch sind sie bereit die ersten flüchtlinge aus dem osten des libanon in richtung der israelischen grenze unterwegs genau jedoch sind bereits die ersten flüchtlinge aus dem osten des libanon in richtung der israelischen grenze unterwegs und die un hat damit begonnen flüchtlingslage zu richten genau also die begeben sich hier schon über die grenzen überall gibt es flüchtlings camp aber hier flugverbots zone die wollen das erst mal alleine regeln so weit es geht hier unten blauer partner israel freundliche truppen zu unseren freundlichen truppen wir haben in der türkei haben wir in chelik besetzt durch die usa ebenfalls vorgeschoben hat tai auf zypern haben akrotiri von der royal air force also england dann haben wir unten in israel diverse stützpunkte und zwar ramad david haifa und ein schämen in jordanien haben wir king hussein airbase das ist hier unten und das h4 das auch hier unten beides besetzt durch die royal jordanien air force freundliche truppen nahen wie gesagt akrotiri hier auf zypern hier seht ihr auch ein paar sam kreise könnte interessant für euch werden oder für uns dann hier israel mit den airfields wie schon gesagt habe mit ramad david haifa und in schämen hier und hier drüben king hussein sowie das h4 welches das ist dann irgendwo hier am arsch der welt das h4 eigene mittel was steht uns zur verfügung wir haben in in chelik stationiert a10 wegen harrier herkules tomcat vipers zwei flights mit viper und flight hornet chf 17 und mirage sowie zwei anti air station eine patriot und eine hawkside in hatai gibt es eine vorgeschobene basis für hubschrauber da sind stationiert aktuell k 50er heint hippos und yui später falls wir es dann kriegen natürlich noch apaches und kiowas sollte das im verlauf der kampagne der fall sein da haben wir drei anthea sites eine hawkside hier oben im nordosten und zwei roland eine hier auf dem hügel im westen und eine direkt auf dem airfield wichtig zu sagen die grenze ist quasi an hatai dran hier die ist ziemlich nah die syrische grenze ebenfalls haben wir natürlich eine carrier group mit der cvn 73 george washington und der lh1 tarawa und da sind auch je ein flight stationiert tomcats hornets und harrier das ganze wird sich natürlich noch ändern im verlauf der kampagne werden hier dann auch mehr flieger dazu kommen und wir werden natürlich die ganzen navy flieger von inchelik verbannen weil das navy flieger wir werden mit der ganzen navy und den marines hier nur noch vom carrier operieren im verlauf der kampagne gegnerische mittel mit was müssen wir rechnen ganz normale triple a also ural close triple a und shilkas eine menge an sam durch das ganze band durch von sa 2 bis sa 19 eigentlich alles dabei inklusive die neue sa 5 hat syrien verfügt auch über die sa 5 die steht auch drin ansonsten haben sie eigentlich alles was hier zu bieten ist oder gibt an air to air respektive an flugzeugen haben sie auch mit 20 ones 29er su 24 25 f 4e f 5 f 14 a f 16 haben sie natürlich auch verfügen über mps tanker über diverse hubschrauber von mi 8 bis hin zum ah 1 das sind die mittel womit wir rechnen müssen liebe freunde und das wäre eigentlich auch schon die einführung in unserer kampagne bald geht's los ein bisschen mehr seiner woche werden wir den ersten tag fliegen in form einer performance test und ein paar truppen die platzierung also überführung von diversen flugzeugen viel mehr dazu werdet ihr aber sehen sobald es los geht ich bedanke mich hier vielen dank fürs zuschauen viel spaß mit der kampagne uns wird sicher spaß machen und dann sehen wir uns bei den einzelnen tagen würde ich sagen es ist es ist es Untertitelung des ZDF, 2020